Qualcomm will Lizenzgebühren und Schadensersatz. Laut Bloomberg News wurde die Klageeinreichung in China bereits von einer Unternehmenssprecherin des Chip-Giganten bestätigt. Apple setzt Technologien ein, die von Qualcomm entwickelt wurden, ohne dafür zu bezahlen, wurde von der zuständigen Sprecherin Christine Trimble mitgeteilt. 4Z Touch. Es geht dabei nun auch um eine Touchscreen-Technologie, die Qualcomm entwickelt hat, und Apple in den iPhones als 4Z Touch einsetzt. Die Klage von Qualcomm basiert auf drei wesentlichen, nicht standardisierten Patenten, heißt es weiter. Auch Apple hat sich mittlerweile gegenüber Bloomberg zu den neuen Vorwürfen geäußert. Apple sagte, dass die Forderung von Qualcomm für Lizenzgebühren unbegründet sei. In den vielen Jahren, in denen wir mit Qualcomm verhandeln, wurden diese Patenten nie diskutiert, sagte Apple-Sprecher Josh Rosenstock. Apple betitelt die Klage in China als ein weiteres Manöver vor Gericht, von dem der Konzern überzeugt sei, dass diese rechtliche Anstrengung scheitern werde. dass die Anstrengung scheitern würde. Was Ana U Нап曲 Thema ein, wurde der Konzern eigentlich Witness. Was war sie ideally auch? Kann pessoa vergehen, blö prevalence nach welmer. Was hat andere Bereiche von marchieren, wo man die打 fik, war die Brbayern, wenn man Antrieb vegossahinstra. Vielen Dank.